Irgendwo, verborgen im dornigen Brombeke-Strüpp, gibt es ein winziges Königreich von Elfen und Feen. Jeder, der hier lebt, ist klitze, klitze klein. Ich bin Ben, ein Elf. Und ich bin Prinzessin Holly. Komm Ben, fliegen wir ein Stück. Warte auf uns! Ben und Hollys kleines Königreich. Unser heutiges Abenteuer beginnt vor Gastons Höhle. Gaston ist traurig. Gaston! Kommst du raus, um mit uns zu spielen? Gaston! Kommt los, lasst uns fliegen. Hey, warte auf uns! Abflug Gaston, schwing dich auf, schwing dich auf! Hurra! Ihr könnt mich nicht fangen. Und ob wir das können. Gaston ist ganz wild darauf, Stöckchen zu holen. Gaston, hol es her! Hierher, Gaston! Sehr geschickt, Gaston! Wirklich gut! Gaston, bestimmt willst du jetzt deine Beine lockern. Na dann, drehen wir dich auf den Rücken. Nun strampel schön. Gaston liegt gern so auf dem Rücken. Das ist aber lustig. Holly, schlaf ins Zeit! Oh, Nanny Plum ruft mich. Ich muss nach Hause ins Bett. Oh, es macht doch gerade solchen Spaß. Schade. Ist nicht schlimm, Ben. Wir treffen uns einfach morgen wieder. Ben, schlaf ins Zeit. Oh, Mami ruft. Mach's gut, Ben. Mach's gut, Gaston. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Gaston. Wir sehen uns morgen. Mach's gut, mach's gut. Aber wenn es nicht geht, geht's. Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh. Geh, geh! Geh, geh, geh! Ben! Gaston! Holly! Gaston! Hallo, Holly! Hallo, Ben! Wo ist denn Gaston? Keine Ahnung, er ist noch nicht aufgetaucht. Oh, dann sollten wir ihn sofort suchen. Gute Idee! Gaston! Kommst du raus, damit wir spielen können? Gaston! Schade, Gaston antwortet nicht. Oh, haben wir ihn vielleicht irgendwie verärgert? Glaube ich nicht, wir hatten gestern viel Spaß zusammen. Ja! Als ich ihn umgedreht habe, hat er gestrampelt, das war lustig. Und ich habe auf seinem Rücken reiten können. Ben, denkst du, dass Gaston das alles genauso gut gefallen hat wie uns? Hm, wer weiß, vielleicht nicht so. Wäre doch möglich, dass Gaston ganz traurig ist und deswegen nicht rauskommen und mit uns spielen will. Oh je, was können wir denn da tun? Nanny Plan kann uns sagen, was zu tun ist, weil sie einfach alles über Marienkäfer weiß. Gute Idee! Nanny, hör mal! Gaston, der Marienkäfer ist irgendwie nicht fröhlich. Hm, Marienkäfer sind leider niemals fröhlich. Aber Gaston ist doch unser bester Freund. Kannst du da nicht irgendetwas tun? Bitte, Nanny Plan, bitte! Gut, ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Danke, Nanny! Gut, ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Wir sind da, Gastons Höhle. Und welche Art Insekt ist Gaston? Na, er ist ein Marienkäfer. Oh ja, mal nachdenken. Wie sagen Marienkäfer hallo? Da, seht nur, die Tür steht ja offen. Am besten, wir gehen rein und sehen nach. Gaston ist gar nicht hier. Er ist vielleicht woanders hingegangen, um traurig zu sein. Kein Wunder, dass Gaston so traurig ist. Niemand kann in so einem unaufgeräumten, stinkenden Zuhause fröhlich sein. Hopp, hopp, jetzt wird die Höhle sauber gemacht, bevor Gaston zurückkehrt. Ja, das wäre für ihn eine tolle Überraschung. Und Gaston wird bestimmt sofort wieder fröhlich sein. Zuerst brauchen wir einige Hilfsmittel. Abracadie, Abracadop, Staubwedellauge zum Wischen den Mop. Holly, du entfernst die Spinnweben. Ja, Nanny Plum. Ben, du reinigst den Boden. Ja, Nanny Plum. Und ich werde mich an das Bett machen. Das Bett ist furchtbar dreckig. Und was hat er für Zeug drin? Altes Brot, Comics, Lollipops und eine stinkende Socke. Bäh. Basch, basch, bisch. Gastons Bett sei nett und frisch. Gut, noch ein wenig Glanz zum Schluss. Dann haben wir es. Oh. Hurra. Schnell, ich sehe Gaston kommen. Gaston. Wir kommen, um dich aufzumuntern. Wir möchten nicht, dass du traurig bist. Dass wir dich einfach auf den Rücken gedreht haben, tut uns wirklich sehr leid. Und dass ich auf dir geritten bin. Was hat er gesagt, Nanny? Ah. Gaston sagt, dass er es gern hat, wenn ihr ihn umdreht und auf ihm reitet. Oh. Er ist nicht traurig. Im Gegenteil, er ist sehr fröhlich. Wahrscheinlich wirst du gleich noch fröhlicher sein, Gaston. Wirf einen Blick in deine Höhle. Ich sagte es ja, Marienkäfer sind niemals richtig fröhlich. Gaston, was ist denn los? Oh je. Nanny, was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass er die Höhle so geliebt hat, wie sie war. Unordentlich stinkend und schmutzig. Oh. Entschuldige, Gaston. Keine Panik. Wir machen alles wieder so, dass du dich wohlfühlst. Ja. Wir sind wirklich gut darin, richtig Unordnung zu machen. Macht das Spaß. Eine Spinnwebe hier. Eine Spinnwebe da. Brillant. Zip-Zap-Zauber. Gastons Bett sei nicht mehr sauber. Stinkende Socken und Lollipops. Gut, nur noch über alles ein Grauschleier, dann haben wir es geschafft. Das haben wir zusammen gut hinbekommen. Es riecht bereits wieder so furchtbar wie vorher. Hurra! Und wenn wir irgendwann deine Höhle wieder so richtig unordentlich machen sollen, Gaston, hab keine Angst. Frag uns ruhig. Ja, schließlich sind Freunde ja für so etwas da. Komm mit. Lass uns spielen. Hey, warte auf uns. Auf geht's, Gaston. In die Luft. In die Luft. Jura! Ihr fandt mich nicht. Aber klar. Gaston. Ich bin mit. Ich bin mit. Untertitelung. BR 2018